Spoiler K Experiment jo Leute, was geht ab kon�� dad & herzlich willkommen zu einer ankündigung und zwar heute 19 uhr der 22 august starte ich ein neues minecraft projekt und zwar können hier 30 leute mitmachen egal auf welcher plattform einfach mich adden bs4 spieler einfach corncory und ansonsten yt corncory m wie gesagt das projekt wird auch gleich streamt also ich freue mich auf euch tschüss